Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet, momentan traden wir bei ungefähr 21.200 US-Dollar. Gestern gab es kein Update-Video, es ist gestern überhaupt nichts passiert. Ihr seht es auch im Chart, wir konsolidieren einfach momentan nur. Heute geht es einfach nur darum, welche Level sind es für heute auf jeden Fall entscheidend. Sehen wir möglicherweise sogar eine Trendwende, also dass wir nächste Woche extrem extrem bullisch werden. Manche Altcoins deuten es ja schon an, beziehungsweise hatten schon den Breakout. Gehen wir auf jeden Fall heute mal an. Ansonsten würde ich sagen, bevor wir durchstarten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt noch auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Wie gesagt, 21.200 US-Dollar, wir konsolidieren hier zwischen 21.200 und knapp 22.000 US-Dollar. Wir hatten unseren Peak in dem Bereich der 22.550 US-Dollar, sind aber nicht über den 200er SMA gekommen. Wichtiger, wichtiger Widerstand, weil wir hier sehr, sehr lange nicht mehr drüber waren. Ihr seht hier die lila Linie. Wir waren mal kurz am 6. Juni hier drüber oder im Juni. Und seitdem eigentlich wirklich nur noch drunten und hat den Downtrend im Endeffekt mit dazu beigetragen für den Downtrend. Deswegen wird es extrem, extrem spannend, ob wir jetzt nächste Woche hier unser Breakout sehen. Plus, wir müssen auf jeden Fall durch die 23.300, 23.400 US-Dollar auf jeden Fall nächste Woche knacken. Was momentan noch ein bisschen problematisch ist, ihr seht es hier auf dem RSI, der ist noch relativ hoch. Wir sind hier auf jeden Fall noch über dem 50er Bereich, 53, 54. Also noch relativ hoch. Und ich möchte eigentlich noch, damit wir hier unser Void auf jeden Fall noch schließen, zumindest in dem Bereich der 20.400 US-Dollar. Also ein kleiner Dump oder Rücksetzer auf jeden Fall heute noch oder morgen vielleicht, am Montag noch, bevor wir dann eine neue Rallye, sag ich mal, starten. Und dann wird es natürlich wichtig, schaffen wir es hier direkt über die 23.148 US-Dollar. Hier liegt der Manflip-Hivot. Also ein extrem, extrem hoher Widerstand. Plus, hier liegt das letzte Hoch der Abwärtsbewegung. Das sind jetzt die Level, die auf jeden Fall für die neue Woche entscheidend sein werden. Dann wichtig ist, wir müssen dieses Void füllen, damit wir nach unten hin erst einmal gar keine Voids mehr haben, wo wir uns dann wieder einen Rücksetzer erlauben könnten. Und sobald wir die Zone dann getestet haben, beziehungsweise dieses Void gefüllt haben, wird es wichtig, ein Höheres hochzubilden. Das heißt, wir müssen das Hoch bei 22.555 US-Dollar auf jeden Fall rausnehmen. Wir bräuchten hier auf jeden Fall steigendes Volumen, plus wir dürften keinen sehr, sehr hohen RSI haben. Ansonsten könnte uns nämlich die Variante drohen, ich mache das mal ganz kurz weg, so, dass wir uns einfach ein bisschen Liquidität von unten holen, noch ein bisschen hier die Longs rausfischen, dann ein Höheres hoch machen mit deutlich mehr Volumen. Heißt, hier gehen dann wieder viele, viele Shorts rein, um dann erneut einen Rücksetzer zu kriegen. Und dann sehen wir sehr wahrscheinlich die 17.500 US-Dollar. Also es wird sehr, sehr entscheidend sein, wie wir heute und morgen auf jeden Fall in den Tag starten, beziehungsweise morgen den Tag dann auch beenden. Ob wir bullisch werden oder nicht, für die nächste Woche ist es auf jeden Fall sehr wichtig, diesen Widerstand rauszunehmen. Sobald wir diesen Widerstand mit einer Daily Candle wirklich rausnehmen oder mit zwei der Daily Candles und hier ein bisschen konsolidieren, kann es relativ flott in Richtung 27.000, 28.000 US-Dollar gehen. Wir haben noch ein gammliches W-Pattern, wo ich ganz ehrlich nicht danach traden würde. Also es ist kein Muster. W-Pattern, wir haben den Abtrend gebrochen, kein gutes Zeichen. Wir haben möglicherweise noch so ein Adam & Eve, wobei mir das auch nicht wirklich gefällt, ganz ehrlich. Mir wäre es wichtiger, wir füllen die Voids, kriegen unser Breakout nach oben hin, konsolidieren ein bisschen und setzen dann so den 27.000, 28.000 US-Dollar an. Aber aufpassen, das ist jetzt wirklich das Bullischste aller Bullischen Szenarien, die wir momentan uns vorstellen können. Die 27.000, 28.000 US-Dollar machen wir Step by Step. Wir müssen ein Höheres hoch bilden. Wir dürfen keinen zu hohen RSI haben, wenn wir ein RSI mit einer Bearish Divergence oder so schon haben, hier über 70 oder so in diesem Bereich oder gerade so am höheren Hoch, wage ich zu bezweifeln, dass wir hier durchballern in Richtung 28k. Also das muss auf jeden Fall bewusst sein. Wir müssen einen niedrigen RSI haben. Wir sollten ein schönes Breakout-Volumen sehen, also wirklich konstant steigendes Volumen, kein abfallendes Volumen möchten wir in einem Abtrend nicht sehen. Haben wir zum Beispiel hier gesehen. Jetzt haben wir das Breakdown aus diesem kleinen Abtrend gebildet. Also momentan klingt eher mehr dafür, dass wir nochmal so einen kleinen Breakdown in Richtung 20.400 US-Dollar kriegen, morgen im Laufe des Tages nochmal einen Versuch zumindest starten, in diesen Bereich zu kommen und dann nochmal einen Rücksetzer kriegen. Das ist momentan eher so, ich sage jetzt mal 70% Wahrscheinlichkeit, als dass wir jetzt nächste Woche komplett nach oben ballern. Man hört die Prognosen schon überall wieder, 30.000 US-Dollar nächste Woche und so. Passt da bitte auf. Es würde passen, sollten wir hier über die 23k und dann wirklich konsolidieren und wirklich einen niedrigen RSI haben. Ist es absolut im möglichen Bereich, den wir nächste Woche sehen könnten, in Anführungszeichen. Aber da müssen natürlich viele Faktoren mitspielen. Deswegen lieber noch ein bisschen gedämpftere Meinungen, bevor wir hier schon wieder Bullrun und sonstiges ausrufen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Ansonsten schauen wir uns die Altcoins an. Ethereum momentan ein bisschen short gerichtet. Auch hier einen kleinen Short, gestern reingemacht bei 1250. Take Profit 1 und 2 wurde mittlerweile erreicht. Trotzdem auch hier haben wir immer noch Zonen, die sehr, sehr interessant werden. Vor allem hier dieser grüne Bereich, die grüne Box bei ungefähr 1100 US-Dollar. Golden Pocket. Würde auch bedeuten, wir würden jedes Void hier nach unten hinfüllen. Wäre eigentlich der gesündere Weg, sage ich jetzt mal, auch im Laufe des heutigen Tages würde zu BTC passen, wenn wir hier wirklich nochmal runterkommen. Zumindest in diesen Abtrend. Hier fehlt ja nicht mehr viel, um dann einen neuen Versuch zu starten, ein höheres Hoch zu bilden und dann die 1300 US-Dollar anzugreifen. Hier liegt halt auch der Monatspevert bei ungefähr 1306 US-Dollar. Also momentan würde ich eher nach dem Stand ausgehen, wir könnten uns wirklich noch dieses Hoch holen, dieses Letzte. Auch wenn da wenig Volumen gebildet wurde. Bei BTC haben wir höheres Volumen bei dem Hoch. Das heißt, viele, viele Shorts-Positionen sind da reingekommen. Höheres Hoch jetzt nochmal bilden, um die rauszurecken. Dann gehen wahrscheinlich viele long, weil sie denken, okay, wir haben das Breakout und setzen dann nochmal eine Etage tiefer an. Also es wird eine sehr, sehr spannende Woche. Wichtig auch hier, wir müssen dieses Hoch hier rausnehmen. Ich weiß nicht, warum das so ein bisschen hoch ist. Dieses Hoch muss rausgenommen werden, plus der Monatspevert auch mit einer längeren Konsolidierung nicht zu hohen, RSI und sowas, damit wir hier wirklich von einem endgültigen Breakout sprechen können. So, dann XRP, ein paar Altcoins schauen wir uns jetzt auch noch dazu an. XRP perfekt reagiert an unserem Golden Pocket. Sind wir reingekommen, hier die Reaktion, wer da einen Short gemacht hat, herzlichen Glückwunsch. Momentan konsolidieren wir hier um den 200er SMA. Gutes Zeichen grundsätzlich. Haben aber auch einen RSI über 50. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Wir haben noch eine kleine Supportzone, ein bisschen weiter tiefer. Hier in diesem Bereich wäre gut, wenn wir die vielleicht nochmal anstupsen würden, in Anführungszeichen, um uns hier die Liquidität zu holen. Und ansonsten würden wir auch noch deutlich, deutlich tiefer gehen. Gehe ich aber momentan eher nicht davon aus. Wenn wir bei BTC so ungefähr 20.400 US-Dollar sehen, die Zone wird sehr, sehr wahrscheinlich nochmal angetestet. Maximal des 0,236er. Dann schauen wir uns noch ICP an. ICP, Glückwunsch, wer es mitgenommen hat. Ganz ehrlich, ich habe mich nicht, ich bin nicht reingegangen. Wir haben es im Livestream besprochen, dass es eigentlich ein perfektes Adam & Eve Pattern ist mit höheren Hochs. Wir haben nochmal diese Trendlinie hier angetestet, die wir angesprochen haben. Also wer da wirklich reingegangen ist. Herzlichen Glückwunsch, Preisziel wurde nicht ganz erreicht. Muss aber auch nicht. Also niemals aufs Preisziel schielen und dann als Profite nehmen, weil wir hatten auch hier so eine kleine 4-Stunden-Supply-Zone, die mitten ins Preisziel gekommen wäre. Preisziel sowieso ein bisschen konservativer gewählt. Trotzdem heißt es nicht, dass wir uns nicht das noch holen könnten. Momentan kleiner Rücksetzer. Wie gesagt, Ares Eye war aber auch relativ am Limit. Nächster Step könnte ich mir gut vorstellen, okay, wir kriegen hier auch noch unseren letzten Move in die 4-Stunden-Supply, um diese hochzuholen, weil ja auch viel, viel Volumen hier in diesen Bereich reingekommen ist. Das heißt, wir killen uns die Shorts hier oben und setzen dann nochmal zum Rücksetzen an. Das ist so momentan die Möglichkeit, die ich hier sehe. Und Quand wurde sich ja auch mal gewünscht, haben wir auch nochmal drüber gesprochen, hatten wir einen extrem, extrem Lauf. Wir sind hier leider nicht weiterhin konsolidiert, wie wir es vermutet haben, in unserem Ascending Triangle, sondern wir hatten ein direktes Breakout. Preisziel, können wir uns mal angucken, müsste eigentlich schon direkt erreicht sein, nachdem Pump, also gestern 20% Pump, wurde perfekt erreicht, sogar auf den Dollar genau, wenn wir uns hier dieses Preisziel einfach nehmen. Glückwunsch, wer das mitgenommen hat. Trotzdem, ich bin nicht rein. War mir einfach zu risky. Ich hätte mir lieber gewünscht, noch ein bisschen Konsolidierung, dann ein schönes Breakout. Hatten wir leider nicht. So, wie sieht es aus mit Short-Positionen? Dafür gehen wir aber ganz kurz in den kleineren Timeframes rein. Hier seht ihr eine krasse, krasse Volumen-Candle. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Das heißt für mich, ich möchte, dass wir uns dieses Hoch nochmal rausnehmen. Also das vergesst du mal ganz kurz die Linie. Dieses Hoch noch rausnehmen. Hätten wir auch ein schönes Doppel-Top-Battern, also M-Pattern, kurz das Hoch rausnehmen und dann Move nach unten in Richtung Pivot bei Pivot R1 bei 71,10 US-Dollar. Wäre so das erste Ziel. Und dann müssen wir schauen, ob sich neue Chancen ergeben für einen möglichen neuen Long-Entry. Aber Short-Entry wäre jetzt momentan dieses Setup. Momentan wirklich am wahrscheinlichsten. Vielleicht eine Entry knapp unter dem letzten hochlegen. Und dann auf jeden Fall genug Puffer. Auf jeden Fall mal 4-5% einplanen, dass wir hier vielleicht noch drunter kommen. Dann wären wir hier ungefähr, ich sage jetzt mal bei 4%, wären wir bei 93,10. Wäre ein mögliches Short-Setup, was wir uns in den nächsten Tagen angucken könnten oder wer es eventuell traden möchte. Gut, soviel dazu. Wenn ihr irgendwelche Alt-Könnenwünsche habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Schauen wir uns dann wieder im Laufe der nächsten Woche immer wieder an eure Wünsche. Ansonsten zu den News. Musk lässt Twitter-Deal platzen. Klar gefolgt prompt. War irgendwie absehbar. Andererseits gab es ja mit Twitter und Fake-Accounts und Bots und so. Die sollten angeblich nur 5% sein oder 5% der Masse ausmachen. Waren es aber im Endeffekt, glaube ich, 10 oder 15, was Musk behauptet. Aber gut, morgen wird auf jeden Fall die Aktie absolut abkacken, denke ich mal, morgen im ganz normalen Handel. Twitter-Aktie momentan echt nicht zu empfehlen. Ansonsten lest euch gerne den Artikel durch. Ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, schönen Sonntag. Wir hören uns dann morgen Nachmittag zum Update-Video wieder. Ansonsten lasst ein Video ein Like da, abonniert den Kanal und bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.